Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doom Eternal. Schön, dass ihr mit dabei seid. Kurzer Moment bitte. So, hab's gleich. So, gleich. Gut. Wie gut schaut denn das bitte aus? Das hab ich jetzt auch schon tausendmal gesagt. Ich weiß, ich nerv auch mit, äh, mit. Aber so bin ich nochmal. Dieses Level-Design ist einfach nur der Hammer. Okay. Das wird interessant und spannend. So. Alter, Finne, guck dir das an. Absolut. Du darfst das Ritual nicht vollenden und die Kontrolle über das Icon of Sin erhalten. Ja, warte mal. Das ist ja alles gut und schön, aber ich möchte mich trotzdem nochmal umgucken. Das hier immer alles mit so künstlichem Stress oder Druck gemacht werden muss. So, nee, wir waren nicht zurück. Ich wollte nochmal gucken, weil es so schön lila war. Hm. Oh, wie geil. So, ah, da ist noch was. Es wäre auch mal cool, dass ich ein bisschen ruhiger zugehen würde, weil die letzten Folgen, die waren ja brutalst aktisch und aufwendig. Voll schön gemacht. Voll schön. Eins mit Sternen ohne Witz. Mir gefällt das total. Boah, den Sprung schaffe ich doch niemals. Aber hier. So, hier ist nix, gell? So, wo muss ich hin? Ah, da. Ganz nach oben und jump. Oh, nein. Juhu. Alter, Finne. Jetzt habe ich doch bestimmt schon einige Secrets verpasst, oder? Nicht, wir laufen. Ei, ei, ei. Irgendwie im Kreis. Ei, 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 ei. Ah, nein. No Glück. No Glück. Da ist doch irgendwo in der Wand. Oh, scheiße. Ach, kacke. Das war nix. So, nimmst du mal mit. So. So, das hat funktioniert. Da oben ist ein Secret. Und hinter uns. Da ist eine Wand. Nein. So. So. Sehr schön. Voll gut. Das können wir auch gleich für... Oh, für wen würden wir die nehmen? War das für die Gatling? Oder war das für die hier? Präzision? Zeig mal her. Ne, warte mal. Es war für die hier. Die Meisterschaft hier. Ne, auch nicht. Oder war das für die... Die ist fertig. Die ist eigentlich total die. Was war denn das mit Pimki? Habe ich das schon gemacht? Das hier. Das ist schon mal sehr gut. Das haben wir. Dennoch haben wir noch ein paar über. Komm, die nutzen wir jetzt mal hierfür. Und wie viel brauchen wir hier? Drei. Ja, haben wir noch zwei. Sieht gerade nicht so gut aus mit dem ganzen Gezumpe. So, hinter uns befindet sich aber noch die Automap. Die hätte ich gerne. Sehr gut. Das sieht so gut aus. Willkommen, Seraphim. Du kannst die Zeremonie nicht aufhalten. Wir werden es nicht kontrollieren können. Nein! Ach, du dicke Kacke. Ich bin schon mal. Das ist ja so gut aus. Nein! Ich binidi, ich bin gerade an, von mir. Ich bin gerade. Wir werden es nicht prassen. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut aus. Das ist ja so gut. Und das ist ja so gut aus. ist doch nicht euer ernst schwachpunkt mike micro na ja drohne ok ach du scheiße warte mal warte zu viel zu viel zu viel zu viel so wo ist die heilige wussi heilige da Ah. Ah. Halva. Wo ist der Lug? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Jetzt geht es aber gerade ein bisschen ab. Nein! Das Alte auf See steht nicht mehr unter Kahn-Makers-Control. Je länger es auf Erden ist, desto stärker wird es. Wir kommen ihm über ein Portal folgen. Wir müssen das Tor reaktivieren und zurück zur Erde. Ja, wo ist er denn? Da. Ja. So. So, perfekt. Mach mal, mach mal. Ach, okay. Zu lange E gedrückt. Deswegen diesen Schlag des Gottes. Huch. So, wie schaut uns das? So, schaut es ganz gut aus. Zack. Nein! Hm. Ziffix. So. Die Rüstung ist ein bisschen mau. So, unter uns wäre was. Da ist was. Da geht nichts. Hm. Okay. Das wird wahrscheinlich wieder hinten umholen. Hm. So, pass auf. Und jetzt hinter uns. Da ist einer. Da ist das mit dem Ding ins Kirchen. So. Wie schaut das mit dem Schwert aus? Da sind wir voll. Das könnte ich auch mal öfters nutzen. So. So. So, kommen wir da hin? Ja. Kommen wir. Perfekt. Oh. Da müssen wir hin. So, da haben wir das Büchlein. Aber da geht's noch mal. Das haben die nicht markiert, ne? Da geht's zu einem weiteren Secret. Leute, schau an. Sehr schön. Hm. Ich glaub, da geht's gleich tierisch ab. Wie viel haben wir hier? Haben wir null? Ja. Okay. 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 Ach, komm. Die Hammer. Okay, die können wir zerschmettern. Kurz auf die Karte wieder. So. Komm, wir wagen es mal. Schaffe ich nicht. Ja, man hat es mal gemacht, ne? Das ist das Wichtigste. So. So, da rüber, da hoch. Okay. So, eins, zwei, drei, hopp. Nein. Oh, du siehst. Huh. Ganz da oben. Über uns ist noch ein Secret. Oh. Da drüben. Schaffen wir das? Ja. Ribbon Tear. Jawohl. Oh, nein. Oh, nein. Okay, wo bin ich denn jetzt? Achso. Achso. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Gleich eine weitere Münze. Immer für das Arsenal her nutzen. Oder hernehmen. Schieße fünf Haftbomben ab, bevor ich nachladen muss. Das ist natürlich auch geil. Schlagende Argumente. So. Ach, das ist hier mit Verstärkten, gell? Ah, die bekämpft sich gerade selber. Wo ist da das? Oh, das ist ein Riesen-A- Oh, das ist eine Riesen-Arena. Wo ist denn das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist dieses Ding? Oh, das ist ein Riesen-A- Oh, das ist ein Riesen-A- Oh, das ist ein Riesen-A- Te weg? Auch. Himmel, Herrgott. Reines Chaos. Reines Chaos. Okay, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Wir gucken. Jetzt auf jeden Fall noch ein Büchlein. Das möchte ich gerne haben. Ja. Okay. Oh, echt jetzt? Komm her, ihr. Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, let's see. Oh. Holy moly. Hm. So, wir haben das Buch. Wir haben da unten mal geht's weiter. Das hat auch ein kleines Geheimnis. Ein Sprecherpunkt. Okay. Okay, die himmlischen Ringe. So, unter uns ist ein kleines Geheimnis. So. Hä? Und wo wird denn er geschossen? Ach, das ist er hier. Mhm. So, mich wird aber trotzdem interessieren, wo dieses Geheimnis ist. Das ist irgendwo da. Einfach mal runterfallen lassen. Ach, da ist es. Haha, es hat geklappt. Ja, verreck. Wie gut. Ach, du Scheiße. Da ist wieder so ein Verstärkter. Nein. Ah, gestorben. Ah. Aber mich freut's, dass wir das Secret haben. Das ist schon mal sehr gut. Das hat er sich doch gespeichert, oder? Ja, das hat er sich gemerkt. Ja. Das hat er sich gemerkt. Mahlzeit. Okay. So, Munition einsammeln. Das müsste jetzt eigentlich recht ruhig sein. So, ganz kurz wieder auf die Karte. Ja, aber hier. Ist noch nicht zu Ende. Aber da hinten, da ist noch eine Münze. Ach nein, nicht er schon wieder. Halt, warte. Fünf, die fünf. Wo ist er? Alter. Alter, nee. Komm, hau ab. Ach komm. Ich hasse diesen Typen. Das gibt's doch nicht. Nein, halt, warte, warte, abbringen. Ich will hier rein. Das darf doch nicht wahr sein. Wer geht mir jetzt zu auf den Sack? Ach, nochmal. Alles klar. Boah, nee. Ach. Ja gut. Ich gucke auf die Uhr. 29 Minuten und ein paar zerquetschte. Also, okay, Freunde. Wir haben die Schwierigkeit, dass da wieder so ein Arschi da ist mit seinem Köter. So. Nichtsdestotrotz. Zifix. Machen wir jetzt hier erstmal, äh, Folgenende. Das hat jetzt nicht funktioniert. Ah, da ist er. Okay. Machen wir hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wird mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und lasst mir doch bitte mal eine Bewertung über. Werde oder da. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid bei Doom, äh, Doom Eternal. Entschuldigung. Ciao, macht's das gut.